So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, Livestream hat ja gestern Abend, wie einige von euch mitbekommen haben, nicht geklappt. Der Obrigkeit war es wohl nicht genehm, dass der Olli einen Livestream macht. Heute Abend versuchen wir es nochmal und dann gucken wir uns Koalitionspapier der Ampelregierung en detail ganz genau an. Einige Schmonkel daraus bekommt er allerdings jetzt schon und einige von euch schreiben immer wieder so in die Kommentare, ach Olli, es wird sich nichts ändern. Da widerspreche ich komplett. Es wird sich so ändern, dass wir noch mehr zur Kasse gebeten werden und noch alles viel schlimmer wird für uns. Aber bevor wir auf den Koalitionsvertrag und die neue Bundesregierung der Ampelkoalition eingehen, habe ich hier ein kleines Highlight, nämlich Merkel wollte sich mit einem kleinen Überraschungsding von uns allen verabschieden. Merkel wollte zwei Wochen Lockdown für alle, betitelt die Bild das. Sie haben nämlich hier ein paar Informationen dazu rausbekommen. Und es ist wohl so, dass unsere geliebte Kanzlerin Mutti Merkel wirklich einen sofortigen Lockdown bis zum 8. Dezember umsetzen wollte. Egal, wie viel G man hat, ein G, 17 G, 23 G, hau mich blau, jeder in Deutschland sollte im Lockdown landen. Das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken, was hier abgeht, was hier passiert. So heißt es hier weiterhin, dazu rief Merkel noch am Dienstagabend die Bündnispartner der neuen Ampelregierung mitten im Endspurt der Koalitionsverhandlung ins Kanzleramt. Das erfuhr Bild aus verschiedenen Quellen. Und wir haben alle diese Bilder gestern Abend schon gesehen, dass sie dort waren. Und ich dachte, das wäre eigentlich so der Rapport. Ja, die müssen jetzt bei Mutti erstmal absegnen und genehmigen lassen, dass sie jetzt die Ampel sind. Ja, ihr Kleinen, jetzt dürft ihr auch mal alleine was machen. Aber ich bin ja immer für euch da, das ist ja kein Problem und so. Aber da ging es um noch viel mehr. Überlegt euch das mal, was diese Frau hier in dem Land schon alles getan hat und mit so etwas sich verabschieden wollte. Aber glaubt mir, wir sind die Frau noch lange nicht los. Ich bin fest überzeugt davon. Ja, danach schalten wir einmal um hier bei mir auf den Monitor. Und ihr seht, das ist meine Telegram-Gruppe. Da auf jeden Fall folgen, wenn ihr es noch nicht tut. Und da habe ich nämlich hier mit dem Ferris gemeinsam heute gepostet. Das heißt, zukünftige Regierung, was nämlich bekannt ist, was nämlich jetzt an Personalien rausgekommen ist, das soll wohl so stimmen. Mal gucken, ob es wirklich so kommt. Kanzler Olaf Scholz, gutes Gesetz, das denke ich auch. Kanzleramt, das ist der, oder die rechte Hand, Wolfgang Schmidt vom Olaf Scholz. Deswegen ist das schon nachvollziehbar. Innenministerin Christine Lambrecht, Verteidigung, Bauen und Wohnen, noch nicht bekannt. Arbeit und Soziales wird der Hubert Heil gehandelt. Gesundheitsminister, das wurde der Herr Scholz nämlich auch bei der Pressekonferenz gefragt. Da war aber noch keine klare Antwort. Also der Name oder Ähnliches wird nicht genannt. Also wartet mal ab, vielleicht wird es ja doch noch kahl, die Fliege Lauterbach. Wirtschaftlich zusammenarbeitet ebenfalls noch nicht. Aber was wohl wahrscheinlich ist und wir haben einen Vizekanzler, Robert Habeck. Und zugleich Wirtschafts-Klimaminister. Das Wirtschaftsministerium-Klimaministerium wird er führen. Auswärtiges Amt, das ist unfassbar. Ihr habt das Video heute Mittag bestimmt schon gesehen. Annalena Baerbock. Und jetzt mal wirklich ganz rational. Okay, sie kommt ja vom Völkerrecht. Oder war es Völkerballrecht? Nein, ich weiß nicht. Also man muss es doch wirklich ganz rational betrachten. Was diese Frau in den letzten Wochen und Monaten alles getan hat, wie sie sich auch mit ihren Vorkommnissen verhalten hat. Das ist doch kein gutes Zeichen für unsere Jugend, für unsere Schüler in diesem Land, für junge Gesellschaft. Man kann es ohne eine adäquate Ausbildung oder irgendwas Ähnliches gemacht zu haben und sonst was vorzuweisen und so weiter, wo dubiose kritische Fragen ja immer noch im Raum stehen, die sind ja bis heute nicht geklärt, in solch ein wichtiges, riesengroßes Amt kommen. Aber in Germany ist es ja offensichtlich doch möglich. Ausstehend aber zu den Grünen gehörend, Familienministerium, Landwirtschaft und Umwelt. Und wer sich jetzt freut, weil er hier unten schon gesehen hat, dass Verkehrsminister wohl der Volker Wissing von der FDP wird und nicht der Anton Hofreiter von den Grünen, wartet mal ab, wer Umweltminister wird. Wir werden noch hier im Verkehr in Deutschland ganz große Probleme bekommen, weil das Umweltministerium unter anderem auch an die Grünen gegangen ist. Wartet mal ab. Und genauso auch, wenn ich hier lese, dass wir jetzt Klima auch noch bei den Grünen verortet haben, da können wir uns aber richtig warm anziehen. Finanzminister Christian Lindner. Und dazu kurzen Einwand hier, ganz interessant. Ich habe mir noch mal den Lebenslauf von Christian Lindner angeguckt, weil er ja wirklich immer als sehr kompetent und alles dargestellt wird. Also, der Blinde ist unter anderem ein König. Aber ich finde seinen Lebenslauf so interessant. Denn, wenn man sich doch überlegt, wie viel Arbeits- oder Lebenserfahrung und wirtschaftliche Erfahrung hat der Herr Lindner denn? Der Herr Lindner ist 1979 im Wuppertal geboren. Und der Herr Lindner war, hier unten irgendwo stand es, Von 97 bis 2004 war Lindner Inhaber einer Werbeagentur sowie Mitgründer eines Internetunternehmens. Und eine Firma davon ist pleite gegangen. Dotcom-Blase. Das werfe ich keinem vor. Im Gegenteil. Ich finde es gut, weil man, wenn man in solch einer Situation war, im besten Falle eigentlich, dann auch danach daraus gelernt hat und sich weiß zu verhalten, dass es einfach nicht mehr vorkommt. Dass man es beim nächsten Mal besser macht. Und das ist in Ordnung. Aber was ich fraglich finde, hier steht, dass er das bis 2004 gemacht hat. Er war allerdings, das lesen wir hier oben, 2000 wurde er als Abgeordneter erstmals in den nordrhein-sfälischen Landtag gewählt. Zugleich hat er aber auch noch parallel in dieser Zeit studiert. Also man kann mir nicht erzählen, dass bei dem Herrn Lindner 24 Stunden in der Lage dazu sind, als Landtagsabgeordneter zu arbeiten, zu studieren und gleichzeitig als Selbstständiger zum Fungieren. Aber da muss man doch an der Stelle wirklich fragen, Kann jemand, der seit nunmehr 20 Jahren in irgendwelchen Parlamenten gearbeitet, gedient oder sonst was hat, unsere Realität des normalen Bürgers gar nicht mehr nachvollziehen kann? Bin ich fest von überzeugt, dass das so ein Politiker nicht mehr kann. Besonders nicht nach 20 Jahren. Wie kann denn so jemand in ein so wichtiges Amt kommen, wie er jetzt kommt? Als Finanzminister. Aber ich lasse mich hier gerne eines Besseren belehren. Vielleicht wird er das ja richtig grandios machen. Justizminister Marco Buschmann, Verkehrsminister Volker Wissing hatten wir und Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger. Ihr könnt ja zu der Personalie mal eure Kommentare unten reinschreiben. Ja, vor dem Livestream von heute Abend habe ich angekündigt, wir gucken schon mal rein. Die Bild hat ein paar Punkte im News-Sticker hier aufgenommen, die ganz interessant sind. Das steht im Koalitionsvertrag. Also ein ganz wichtiges Ding, die Legalisierung kommt. Richtig, wir dürfen dann alle hier hingehen und uns einen reinzwitschern, wie wir das wollen. Vielleicht werden wir das Ganze aber auch benötigen, um das alles hier irgendwie über die Bühne zu kriegen und die nächsten vier Jahre auszuhalten. Mal gucken, wie das sein wird. Hier ist es genau. Wollen C, Cannabis legalisieren, muss aufpassen. Drüben im anderen Kanal, im Olli Reddit, hatte ich darüber berichtet und zack, das Video wurde auch direkt zensiert. So geht das. Nur weil ich ganz neutral in einer Nachricht darüber berichtet habe, was denn hier mit dem Cannabis los ist. Kannst dir auch nicht ausdenken. Ampel will den Führerschein mit 16 Jahren ermöglichen. Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren, denke ich mal. Dieses begleitende Fahren anstatt mit 17 soll das mit 16 Jahren schon starten. Allerdings, was die Ampel auch weiterhin ab 16 ermöglichen will, das Wahlrecht. Genau, das Wahlrecht soll ab 16 Jahren kommen. Das kannst du dir auch wieder mal nicht ausdenken. Da geht es halt richtig ab. Mietpreisbremse soll verschärft werden. Kann man auch darüber diskutieren, keine Frage. Aber man sieht ja, was das Ganze auch gemacht hat, beispielsweise in Berlin und wie das funktioniert hat. Ampel will Werbeverbot für Abtreibung abschaffen. Sehr, sehr stark diskutiertes Thema. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ampelkoalition bildet neues Bauministerium, soll es hier jetzt auch noch geben. Ja klar, wir haben ja noch nicht genug Minister und Ministerien und dann Staatssekretäre für Dingsbums da drin, aktiv und sonst was. Und ein ganz, ganz krasses Ding ist auch das hier. Das war auch der Tonus auf der Pressekonferenz, als sie den Koalitionsvertrag beziehungsweise sich selber dahingestellt und ein bisschen was erzählt haben. Was man hätte auch weglassen können, da war null Inhalt meiner Meinung nach. Aber ein C-Krisenstab, der wird geplant direkt in der Bundesregierung oder für die Bundesregierung im Kanzleramt. Das kann man sich nicht ausdenken, was die für einen Fokus auf das große C aktuell legen. Also Leute, das ganze Ding, was hier die nächsten Jahre uns begleiten wird, es wird nicht besser. Also es verändert sich alles. Wir haben Anfang des Videos schon gesagt, aber nicht zum Besseren. Ganz, ganz heftiges Ding dann hier auch von 16.33 Uhr. Keine ausdrückliche Absage an Steuererhöhungen. Ja, also die FDP ist und bleibt einfach eine komplette Unfallerpartei. Christian Lindner hat das erreicht, was er seinen Lebtag erreichen wollte. Finanzminister wird er jetzt wohl, aber das muss man sich schon mal überlegen, unter welchen Eingeständnissen. Es wurde versprochen, keine Steuererhöhungen zu machen. Jetzt ist eine Zuckersteuer im Gespräch, habe ich darüber berichtet. Zahlreiche andere Steuern werden kommen, bin ich fest von überzeugt. Und zugleich werden bestehende Steuern massiv erhöht, bin ich ebenfalls von überzeugt. Ja, und dann hier noch ein Screenshot gepostet von Frederico, heißt er bei Twitter, ganz interessant. Der schreibt nämlich hier drüber, die Ampel will einen souveränen deutschen Staat abschaffen. Das kann man so verstehen, wenn es hier drin steht, Zukunft der Europäischen Union, Zukunft der Europas, ist schon mal falsch, Europäischen Union nutzen wir für Reformen, erforderliche Vertragsänderungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zum föderalen europäischen Bundesstaat führen. Der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhaltensmäßigkeit organisiert ist, gewerbockt und die Grundrechtscharter zur Grundlage hat. Zieht euch das hier mal rein. Föderalen europäischen Bundesstaat. Wir geben hier die komplette Macht ab nach Brüssel. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, was hier passiert. Aber noch mal Hinweis für den Livestream. Gucken wir uns heute Abend mal ganz genau an, weil das Ding hat 180 Seiten irgendwas so um den Dreh. Und deswegen Telegram folgen, Glocke aktivieren, gucken, dass das Abo noch aktiv ist. Schreibt eure Meinung zu den Themen unten rein. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.